Es gibt eine wegweisende Kooperation zwischen Carbotec und den GWS. Was sind die Eckpunkte dieser Zusammenarbeit? Also das Wesentliche ist Kooperation hier an Ort und Stelle. Keine Auslagerung der Produktion nach Asien, sondern Produktion hier in Salzburg. Es werden zum einen 450 Arbeitsplätze bei GWS gesichert damit für die Zukunft. Es kommen dann 60 neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung dazu, 40 für Menschen ohne Behinderung, die hier bei GWS zusätzlich gebraucht werden und 15 noch bei der Carbotec. 50 Millionen Euro Auftragsvolumen an unseren integrativen Betrieb, an die GWS. Das hat es noch nie gegeben und dahinter steckt der Gedanke, dass man hier damit Arbeitsplätze schaffen kann und die Carbotec Qualität an Ort und Stelle hat und nicht irgendwo in Asien sich drum raufen muss, dass die Einzelteile dann auch so werden, wie sie es sich vorgestellt haben. Also wir sind sehr glücklich, weil das eine sehr geglückte Zusammenarbeit ist. Insgesamt werden 2,4 Millionen Euro investiert in moderne Maschinen, denn das ist ein hochtechnisches Produkt, so eine Fahrgastzelle, die zum Teil neben den maschinellen Fertigungen auch viel an Handarbeit, an händischen Verrichtungen braucht und da haben sich Carbotec und GWS gefunden. Für uns ist das wunderbar, weil die Wertschöpfung im Land bleibt, weil auch Carbotec den gesamten Produktionsprozess, die Qualitätskontrolle hier begleiten kann, nicht nach Asien fliegen muss oder nach Südafrika und weil wir damit auch den Standort sowohl von Carbotec absichern können als auch von der GWS. Arbeitsplätze da wie dort schaffen und insgesamt ein Musterbeispiel an Zusammenarbeit. Es ist ganz wichtig, dass wir hier in Salzburg, wo wir wirklich eine gelebte Inklusion haben, für Menschen mit Behinderungen sichere Arbeitsplätze erhalten, aber auch zusätzlich schaffen. Wichtig für Menschen mit Beeinträchtigung ist, dass sie auch sozialversicherungspflichtige Dienstverhältnisse haben, um dann später auch einen Anspruch auf Pension zu erhalten, um nicht der öffentlichen Hand zur Last zu fallen. Dieser Standort wird mit dieser Kooperation mit Carbotec abgesichert und es ist wichtig, dass wir künftig auch neue Produkte für die GWS auch in den Regionen im Pinzgau und im Lungau lukrieren und insofern ist die Firma Carbotec ein Vorbild auch für die Wirtschaft, dass es möglich ist, auch die soziale Verantwortung durch die Betriebe zu übernehmen.